Hi, willkommen zum Teil 2 vom CNC Plasmaschneider. Im letzten Teil haben wir ja die X- und Y-Achse bzw. das Gestell an sich schon gebaut. Heute geht es erstmal um die Z-Achse. Und zwar verwende ich da tatsächlich, wie am Ende vom ersten Video schon erwähnt, so eine kleine Gleitspindel. Das ist eine Kunststoffgleitspindel, also mit einem Kunststoffgleitlager von der Firma IGUS. Das habe ich mal auf einer Messe kostenlos bekommen und daraus werde ich die Z-Achse bauen. Und als Führung werde ich hier diese Linearführung verwenden. Die ist eigentlich deutlich zu groß, da wird es etwas viel kleineres, viel besser funktionieren. Aber ich habe die halt beim Schrottplatz gefunden und deshalb möchte ich die hier verwenden. Aber springen wir erstmal wieder kurz an den Computer ins CAD-Programm, dann zeige ich euch, wie die Z-Achse aussehen soll. Hier seht ihr mal einen kleinen Schwenk über die Z-Achse. Relativ simpel aufgebaut, also legen wir direkt los mit dem Bau. Das ist eine kleine Schwenk über die Z-Achse. Das ist eine kleine Schwenk über die Z-Achse. Das ist eine kleine Schwenk über die Z-Achse. Für das Schlauchpaket habe ich mir jetzt auch noch einen neuen Brenner bestellt. Einfach ein gerader Brenner. Ich verlinke euch den mal unten in der Beschreibung. Und für den müssen wir uns natürlich jetzt auch noch eine Befestigung bauen. Und da werde ich mir eine Schelle aus dieser 15 mm Aluminiumplatte fräsen. Die habe ich ebenfalls mal wieder vom Schrottplatz. Das ist eine kleine Schwenk über die Zeugelchen. Das war's. 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 Das war's.